Das ist Hartmut Richter. Kurz habe ich berichtet. Und dann fanden wir es super. Ja, machen wir. Wollte ich erst mal aufwärmen? Gucken wir erst mal die konkreten Sachen, die wir für den Film brauchen. Das ist ja überall, wo ich drin war. Ja, genau. Also, soll ich den verklären jetzt? Das ist das Gelände. Und um dieses Gelände, um dieses Gebäude herum entsteht Sachsenhausen. Ja, das ist ja auch ein Bauzimmer. Trotz dem Einzelnen. Ja, wir werden mal. War bis zu. Ich bin schon oben. 60, 60. Ja, da geht es mir mit. Schöne, komm, gehst du nicht. Nein. Schöne, gehst du hier mit dir. Das hat Jungslager. Aber wo hat der, äh, äh, gebackene Bratwolle den? Der ist jetzt hier in der Baumart. Obwohl der Große. Ja, ja, die Hunde kommt jetzt hier. Aber wo er in die Höhe? Hier in der Kleise. Aber zur Besicherung gehört? Ja, ja, natürlich. Und, gut, dann gucken wir uns den noch. Als ich hier reinzog, in den Neubau, da schreibe ich auch in meinem Buch. Da habe ich Glück gehabt, dass ich hier in den Neubau einzog. Vorher waren die, äh, Untersuchungskamera, in diesem Keller. Und den können wir uns anschließend mal ansehen. 1961 kam ich direkt hier rein. Da war der Bau fertig. Und dieser Bau war also verglichen mit anderen. Der moderne. Hochmodern. Toiletten schon drin. Und die anderen wurden noch gekügelt. Nicht wahr? Die Wasserleitung kam ja später. Die kam viel später. Die kam 70. Ja, ja. Wir hatten noch Schüssel. Ja, ja. Und, äh, ja. Erstmal ein Jahr Untersuchungshaft. Mhm. Und dann nach meiner Bautzen-Affäre mit den Wachmeistern bin ich auch wieder hergekommen und blieb bis zur Entlassung. Noch mal zwei Jahre. Also war ich eigentlich insgesamt drei Jahre hier. Drei Jahre. Aber, ähm, wenn Sie wieder frei waren, so, jetzt sind Sie auch wieder hier. Aber nicht das erste Mal. Nein. Nein. Wie oft sind Sie nach Ihrer Freiheit schon wieder hier? Jedes Jahr auf jeden Fall ein-, zweimal. Ja? Ja, ja. Und warum? Einmal Vorträge. Mhm. Mhm. Nicht Führung, sondern Vorträge. Mhm. Und, äh, ein bisschen Einladung und da lädt man ein und, äh, ich soll noch mal kommen und, äh, oder wenn, wenn Freunde kommen, na kommt, ich zeig euch das mal. Ja. Also das war möglich. Ja. Wir wurden ja subtiler. Man kann sagen und auch belegen, je mehr die DDR sich um internationale Anerkennung als Staat müte, desto subtiler wurden die Methode. Wurde mehr zersetzt, isoliert, äh, und auf diese Art und Weise eben versucht Persönlichkeiten zu brechen. Wer durchdrehte, zum Beispiel, nicht laut wurde, der wurde, äh, ruhig gestellt, meinte die Stasiker. Sie sehen hinter diesen Klappen hier, äh, äh, wie man sich die, äh, ruhig Stellräume, Schallisolierung, genau, Gummizellen. Gummizellen. Ja. So zwei einmal zeigen, wir können ja, das wird noch meistens so gesehen. Ja. 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 Die Waffe. Ja. 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 Ich sage, anderelicke, dann soll es eben suger, denn, hoher kommen oder allem. Na ja. Da wäre es einfach nicht die Mahlzeit zu gehen. Hier zwei, wo man hier natürlich nach der Wende das abmacht, um Abwehranlagen oder sowas zu finden. Okay, schade, man hat auch keine gefunden. Aber ansonsten, ein U-Boot hat sie noch ein, zwei Zellen. Genau, der Klasse. Irgendwie auch schon isoliert. Ja, ja, genau der Klasse. So, gehen wir zum normalen Zellen. Das ist ja bloß, wenn man schreit und gegen die Tür tritt und Wachmeister anleitet. Die Wachpersonen waren an sich frei. Die waren eingeliefert und ausgegeben. Abteilung 14 der Stasi. Man sagte immer, das reicht nicht für die Abteilung 9. Abteilung 9 waren die Liefernehmer. Und die waren also so ab 70 schon, ja, nicht dumm. Hier haben die Gefangenen gesessen. Hier, Handschellen, die ganze Fahrt. Und Tür zumachen. Dunkelkasten. Und dann wird man durchgerissen, so drei Stunden, vier Stunden. Man hat ja auch keine Uhr. Aber irgendwie schätzt man das, boah, könnte vielleicht Ost-Berlin-Sachsen sein. Eventuell. Dann wurde man auch raus. Man musste auch nicht, wo man ankommt. Oder aus Potsdam. Sie kam auf und so ein Ding. Tür zu, Handschellen. Und da siehst du. Ja, du hast ja eine Zweimannzelle hier ausgesucht. Kann ich mich erinnern. Ich bin in Potsdam, ja. Die haben sich ja an weiße Kittel angezogen über ihre Uniform. Das heißt, diese Fahrzeuge sollten von der Bevölkerung nicht als gefangenen Transportfahrzeuge erkannt werden. Es ist fischend. Perfekt. Perfekt. Perfekte Diktatur. Perfekt. Während der Wiese war auch gerade, wir waren ja ja auch Juden, sage ich mal so. Ich kenne sie denn. Ich sage, es war damals anders, das war zwei Jahre her. Wer war's doch mal und ich mach' mal ein paar Aufnahmen bevor die Leute hier drin sind, die mich immer noch ganz auf die Tür nach. Ich wusste da doch immer, dass ein Besucher zumlang war. Wollte die Schließe stattdessen. Da gäb's schnell eure Türen. Das Rot bedeutet also, der Wachmeister musste hier stehen, weil irgendein anderer Gefangener irgendwo auftransportiert wurde. Das war das Warnsignal. Und wenn das grün war, dann war okay, dann konnte er nicht. Dann, diese Dinger hier, das war so wie der Häftling irgendwelche Bewegungen macht oder Fluchtversuch, was hier idiotisch ist, geht ja nicht. Dann brauchte der bloß hier aufgreifen, das Ding geht auseinander und die Alarmglocke klingelt, was glaube ich noch nicht passiert ist. Sie waren überhaupt vorsichtig. Also man ist nie einem anderen begegnet hier? Und deshalb haben die auch keine, mussten die nicht extra in eine Frauenstation. Also hier lagen nur von wegen Männerstationen oder so und hier war auch weibliches Personal natürlich. Und Frauen wurden natürlich bei ihrer Ankunft hier in der Rezeption, höchst ja kein anderes Wort, dann auch von Frauen untersucht natürlich. Und das begann so zu sagen, hier kommen sie Lampe aus, also keiner da, hier rein, hier war zu, die Gittertür hier hinter beginnt sozusagen der Zellentrack. Das war offen, dann hieß das also, rüber Sachen, also hier wurde nach Zellnummern, das war, das war ein zweiter Zellentrack, da schieben halt. Er hat nie mit Namen genannt, und so hat man das also auch nicht, wenn man jetzt gerade etwas hört, wusste man nicht, wer da drin ist. Ja, und wir finden hier anscheinend Sachen. Also, ich habe keine, genau. Man hat das zwar nicht recht, seine eigenen Sachen behalten zu können, aber wie soll man die pflegen? Ja, meine Hose war doch nicht schon. Ja, natürlich. Und hier die Klappe, man sah ja auch den Wachmeister nicht, das ist die Essensklappe, die geht dann auf, jetzt ist der Schlüssel nicht, da, schweiß rein. Dann kommt das Essensklappe drauf. Oder das Film? Na ja, später. Dann wird es aufgeräumt, also die Klappe geht so auf, dann wird der Suppentopf hingestellt und von innen nimmt man ihn. Und dann ging auch noch mal auf, frühmorgens, zwei Stück Toilettenpapier. Und nachdem das, das habe ich glaube ich im Buch auch beschrieben, einmal wollte ich ein bisschen mehr haben. Also, ja, wir haben auch einen flotten Auto. Ja, ja. Und Rasierzeug auch, also. Allerdings, da blieb die Klappe immer auch bei uns. Ja, ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, immerhin sind es ja auch schon etliche Jahre her. Ja, blä. War ohne Brille. Und man konnte natürlich, also hier, hier passiert. Und ich weiß nicht warum, also normalerweise waren die Hocker ja angewachsen, also. Die waren schon so. Aber hier ist der Hocker, ich weiß, dass ich, der Tisch hier war, der Hocker da nicht, man durfte das Bett am Tag nicht benutzen. Nee, das war schon. Ich bin strengstens verboten. Man saß hier auf dem Hocker, machte ein paar Schritte hin und her und grübelte, 24 Stunden lang. Also, jeder hat seine eigene Überlebensstrategie. Ich bin nachher mal viel gelaufen wie ein Tiger, weil ich abends müde sein wollte, weil man sich auch an die Lichtkontrollen auch gewöhnen muss, nachts. Ja, geht ja auch mal an. Und dann auch mal so schlafen, die Hände, die Hände mussten sichtbar sein. War auch eine Krikane, die befürchtet natürlich, dass man sich das Leben nimmt und sich der Straf entziehen möchte. Das heißt, da hatten sie schon, darauf geachtet. Und das, von was dann herkommt, auch, was hier schon eher nicht war. Der eine Dach aus der Zelle, mit Wächterhaus, oder? Der Wächter hat dann hier aufgeklossen, einen begleitet und dort einbuchsiert. Dann ging die Tür wieder auf, mit dem großen Karaffer und dann wieder mit dem Wächter, der neben einen lief, also wieder in die Zelle. Also am Wochenende war es etwas länger, da war nicht so viel Wegverkehr. Nein, zum Beispiel, von außen. Und diese Art ist schon ein bisschen besser. Ich bin duschen, weil am anderen Morgen wurde ich entlassen und am Abend durfte ich duschen. Und er sagte noch extra, Sie können aber heute so lange duschen, wie Sie wollen. Ach ja. Im Moment bist du von Wollchenhausen entlassen? Ja. Aber üblich war man da wegen der Straße. Ich war ja die ersten zwei Jahre in Wollchenhausen wegen der Pfeuern. Vor allem, das haben wir auch gerne gemacht, wir haben ja auch hier kontrolliert. Und es war singen, lachen, pfeifen, tanzen und so weiter und am Tag auf der Liege sitzen, natürlich streng verboten. Und, was noch verboten war, zu kommunizieren. Ja, ja. Ja, welche Möglichkeit besteht denn da? Wegen wir nicht in der Beispiele, also ohne Vorsorge. Also ganz einfach, einfach B. Wie jetzt heute noch so. Wenn ich den Klopfen höre, irgendwo, Geräusch, Glockgeräusch, Straßenbauarbeiten, gehen wir an. Dann besteht mein Grundloggeräusch ein Alphabet. Hast du den Titel durchsuchen? Ja, stimmt. Nee. Also wie geht's so? Wenn ich den Klopfen höre, auf der Straße, HWC, das ist ja ein Kultus. Wer ist da? Ja, das ist ja nicht, was man hier nie gesehen hat. Aber man macht sich so eine Vorstellung. Hier ist der Vollzug, die Untersuchungshaftung gestalten und hier beginnt der Vernehmertrag. Hier saß man als Gefangener, Haftbefehl verbindet. Also diese Formalitäten, die wurden schon eingehalten. Dieser Staat versuchte ja nach außen als demokratisch da zu stehen. Da musste man sowas machen. Und eine feine Nase, es liegt hier so eine eigenartige Nährung. Der stimmt genau mit dem Geruch über ein, der vor 40 Jahren noch hier ist. Ja, stimmt. So leicht modisch, feucht. Ja, ja, ja. Also ich merke, erst wenn ich ein paar Tage nicht hier war, dann merke ich mich wieder. Ja, ja. Die wöhnen sich aus, jetzt auch mal so. Aber es ist schon eine gewisse Strenge auch da. Ja. Das sind alles nur in der Indurium hier. Ja. Also ich war sieben Monate isoliert. So lange ermittelt wurde, war man isoliert. Der erste, den man dann auf die Zelle kriegte, davon können sie rausgehen, gerade hier in diesen Stasi-Gefängnissen, der sollte dann garantiert rausgehen, was die Vernehmer nicht rauskriegten. Mit ihrer scheiß Freundlichkeit oder wie auch immer. Das war dann jemand, der sich wahrscheinlich verpflichtet hatte, wieder gut zu machen. Das begann ja eigentlich gleich verhaftet, diese Behandlung, dieser Schock. Und dann berechnet man mit dem Schlimmsten. Und plötzlich, zu meiner Zeit, jedenfalls in 70er Jahren, ist man erstaunt, dass man es mit Leuten in Zivil zu tun hat, die freundlich sind, die, ihr wisst es, naja, mein Gott, du hast es nochmal gegen unsere Gesetze verstoßen. Brauchst du eine? Ja, also diese Zuckerbrot und Peinsche halten. Und viele brechen dann auch gleich zusammen und nur raus, nur raus, nur raus, ich mache alles, was ihr wollt, so nach dem Motto. Und verpflichten sich dann wieder gut zu machen. Und so haben sie hier praktisch, also auch hier die immer benötigten Spitzel, inoffizielle Mitarbeiter, hier nennen wir die ZI-Zelleninformantierer. Zähnenrutscher, also ein Haftscher, so ein Zähnenrutscher, hier haben wir nur zwei, hier unten, aber am großen Ganzen sahen sie alle gleich aus. Schreibtisch, langer Tisch, man sagt immer, ob das Tisch ist, auf dem Schemel, so wie wir in der Zelle gesehen haben. Und der Verleber war ein bisschen wie die Zähneverwitz. Nee, nee, Moment, der war kein Verleber. Das war, wenn irgendwelche amtlichen Mitteilungen, zum Beispiel der Haftbefehl, muss ja verkündet werden, Haftrichter. Also es gab separate Verleber. Oder amtliche Mitteilung wäre, ihre Frau lässt sich scheiden jetzt von jenen. Oder ihre Kinder haben wir vorsorglich erstmal ins Heim gesteckt, kommen ja auch nicht von Republikflüchtigen Eltern gemacht. Und in den Telefenstern. Aber hier ist ein typischer Vernehmertrag. Das sind ganz normale Zimmer. Ich hoffe, wir können ein, zwei da reingehen. Da sind noch mehr. Da kommt es zweimal, wenn er herein hörte, dann merkte er so, ich bin in Gefahr. Und dann wieder zu, fertig, verspannt er. Und dann hat man eben, sagen wir, dem Vernehmer und der Sekretärin, die da tippte, zu tun, zwei Stunden, drei Stunden, zehn Minuten, fünf Minuten, also jeder hat ihn. Das war aber 24 Stunden lang in diesen kleinen Zellen, unterbrochen nur von Vernehmer. Und das war zuletzt vielleicht eine Woche einmal, mal eine Stunde, weiter nicht mehr, weil die Akte ja schon fast zusammen war. Und jeden Tag 20 Minuten draußen. In diesen Käfigen müssen wir auch noch sehen, es war kein Gartenspazierang. Sie haben es ja gesehen, in diesen engen Dinger, in diesen Isolierhöfen. Die waren, nun, Sie haben es gesehen, in Bautzen. Aber hier, da war noch Maschendraht drüber. Ich habe es um vier verabschlucht damit rechnen, dass sie mitgehört werden, dass die Vernehmung mitgehört werden. Der konnte auch nicht alles machen, was sie wollten. Und die wussten auch nur das, was eben unbedingt zum Fall gewehrt war. Das ist ein Anblick. Also ich habe jetzt so eine Erinnerung. Ich saß nämlich da am Tisch und ich saß dann auch mal da vorne. Und die Stühle waren da auch nicht. Und es gab auch lange Zeit, wo der Sekretärin getippt hat. Also die Sekretärin saß am Tisch und ich saß auf dem Hocker in der Ecke. Also gibt es das immer hier auf dem Schemel? Auf dem Schemel, ja. Also zwei Leute waren... Also ich habe es mir abgewöhnt. Und ich habe in der Schlaßaufszelle wieder angefangen. Da war ich ja dann unter mehr und so dann in Chemnitz. Dann nehmen wir runter. Und ich habe es mir abgehört. Vernehmung, sehen Sie mal, eine Vernehmung war auch eine Abwechslung. Man hoffte zur Vernehmung... Um mit irgendeinem zu sprechen, weil man den ganzen Monat keinen Menschen gesehen hat. Und keinen gehört hat. Kein Wort gesprochen hat. Keine Zeile gelesen hat. Und auch nicht wusste, ob wir Sonntage hatten oder Wolkentagen, der durch diese Glasbausteine kam. Dann war das schon eine Abwechslung, ja natürlich. Da gab es... Streiten, also ständig hier... Mit schweren Stiefeln jemand, der... Ja, ja. Da gab es immer... Mit seiner Karaschikoff. Ja, da waren alle gemacht. Gab es da auch mal so zynische Sprüche, irgendwelche Bemerkungen von Wärtern, die dann da oben standen? Nee, man durfte ja nicht sprechen oder pfeifen oder sowas. Die haben sowieso keine... Die haben ja Sprechverbots mit uns gehabt. Auch in Schafolzog eigentlich, also ab und zu... Da gab es einige Spießer, das ist ein extra Kappi, die hatten wahrscheinlich die... Mehr so drei Fingerhauten und sowas, weißt du? Oder Italiener, wenn du mal kennst. Die sind mal... Die haben sich mehr unterhalten, nicht. Aber die meisten hatten da... Durften ja keine Kontakte auf. Ja, und hier sowieso? Hier sowieso. Nee, hier überhaupt. Hier, ganz. Die Strafwurzog ist so etwas demokratisch. In der Karaschikoff. Also deshalb war hier... Ich sah ja... Das ist ja an der Regulierung. Ja, und das ist ja unvollständig, ja. Ja, ja. So, wo fangen wir an? Ja, na, dieser Kinder hier, ehemalige Kühlkinder, Gefangene waren... NKWD, also der sowjetische Geheimnis, das war ja damals NKWD, später KGB, die richten dieses hellen U-Boot. Wahrscheinlich hatten die ersten Gefangenen, die heruntergeführt wurden, vom Haus aus, natürlich nicht wie wir jetzt vom Hof, den Eindruck, U-Boot, wie nun so U-Boot zu sein. Die Fenster dort auf der Seite sind auch später erst eingebaut worden, wie auch die Heizung. Das heißt, auch hier, wie in den Internierungslagern, insgesamt verreckten ja auf elende Art und Weise 40.000. Und wie wir heute wissen, waren das willkürlich Verhaftete, ganz wenig, die wirklich funktionsweise in der DSDAP waren. Und ebenso in diesem Keller hier, in den ersten Nachkriegsjahren. Und bei der geständen Gewinnung, wenn ich es mal so ironisch sagen darf, wurde immer Gewalt angewendet. Das wenigste war eine Backpfeife oder einen dritten Hintern. Und wer nicht, also hier ständig war, zugeben wollte, dass er zum Beispiel gegen die sozialistische Ordnung oder Wehrwolf, Wehrwolf war, sondern es kam nicht dazu, aber das sollte ja so eine Partisan-Tätigkeit sein gegen die Besatzungsmächte. Der wurde dann hier, sozusagen, zu dir stehen. Hier war so eine, ist dort der Rest einer Beugezelle, die hinten war zugemauert. Und der wurde dann hier weggeschlossen, ja, in diesem engen Raum hier. In dieser Haltung für einige Stunden. Und hier sind die, das sind Rekonstruktionen. Also diese Methoden, diese Methoden, also Folter und so weiter, hat man bis 55, haben wir von Zeitzeugen erfahren, angewendet. Und später, immer weniger in den ersten Nachkriegsjahren, besonders als ein Menschen eben keine große Rolle spielte. Und später, als dann auch die Besatzungsmacht, sozusagen, sich an gewisse Norm halten musste, da hat man das dann nicht mehr angewendet. Aber diese, das sind Rekonstruktionen, die sind gefährlich, das sind die Zeichnungen hier, die hatten heute halt da, manche Mal, damals in den 60 Jahren hier noch viel, da waren vor dieser Zelle beteiligt. Das sind ehemalige Vorderwände, die waren noch etwas höher gemauert. Das sind, wie gesagt, normale Zellen, die man so konstruiert hat. Das heißt, die standen fast knittief im Wasser. Das sind Handwässer gefässert und wurden also... Und auf den oberen Baden die Hände festgebunden. Hier war Wasser drin. Das heißt, ermüdete der Kopf. Sackte er mit Wasser, wollte man es so ertrinken. Man von oben tropfte Tropfen. Immer auf die selbe Stelle es tropfen. So, fest, komm hier. Mach das jetzt nicht, weil ich es mit den Schultern habe. Das tut schon weh. So. So. Von diesen Zellen, wo sie also... Aber fest... Einzelhaft, also in großen Zellen. Ja. Da waren Kübel und Stink. Naja, der Janker... Ja, zum Beispiel. Der Janker, der hat gesagt, der war in so einer kleinen Einzelzelle. Naja, das ist verschieden. Ja, nun gut. Auf jeden Fall, auch diese Zellen sind nicht sehr, sagen wir mal, auf dem letzten Stand der Zivilisation. Naja, und die Fenster sind auch erst Anfang 50 eingebaut. Wie auch eine Heizung. Also, wir kriegen ja Sachen, wir kriegen andere Gebäude. Naja, das U-Boot existierte bis 1960. Denn existierte es nicht mehr. Was ist das fertig? Das wurde auch nicht mehr genutzt. Nein. Außer die vorderste Zelle. Naja, noch andere Gebäude, aber... Aber... Es gab eine Isolierzelle. Ansonsten war das ein nager Kellerraum. Ja, man hat dann sozusagen einen großen Schritt gemacht. Ein modernes, offenes Gebäude, wo wir ja drinnen waren. Und das ist nur, ich weiß es ja nur von Erzählungen von anderen, die alle das U-Boot schon mitgemacht haben. Also hier unten waren, wo das noch gar nicht existierte, da oben. Also beides zusammen waren nicht. Erst das, nach dem Krieg, erst die Sowjets, mit ihren ganz harten Foltermethoden, DDR-Anfangszeit, bis 7. Juni auch diese Foltermethoden, und überhaupt diese Zellen hier, bis 1960. 1961 wurde der große Neubau eröffnet, wo mein Bruder und ich die Ehre hatten, einer der ersten Häftlinge zu sein, im Neubau. Und das war der Neubau, den wir da oben gesehen haben. Die Gefahr besteht, wenn alle zu viele Eindrücke kommen, dass sie dann alles durcheinander mischen. Morgen haben wir noch Bautzen auch noch dazu. Ich verstehe nur gar nicht. Ich meine, das war ja kein humanes System. Was hat denn eigentlich die DDR dazu bewogen, jetzt da oben? Neubau zu schließen, abzuschaffen und da oben das zu machen. Sie war ab 1960 vielleicht, war sie ja verstärkt interessiert, in der UNO aufgenommen zu werden, diplomatische Beziehungen mit irgendwelchen Ländern zu haben. Und das Wort demokratisch und ein bisschen sehr viel Reklame, dass sie ein humanistischer Staat sind. Was natürlich hinten und vorne nicht stimmte, aber immer den Schein zu wahren. Sie haben ja sogar geschafft, den Schein zu wahren, das, ich weiß nicht, drittgrößte Industrieland der Welt zu sein. Das zehnte. Das zehnte Industrieland der Welt zu sein. Ja, sie haben mit so viel Pappmaché und Propaganda das gemacht, dass sogar westliche Politiker daran geglaubt haben, naja, ein Industriestadt ist es ja. Aber was sie produzieren, Pappautos mit Umweltverschmutzer und das, wie Kohl mal sagte, überall wo wir anrührten, zerpultete, war so alles marode, dass da also nichts mehr in Ordnung ist. Weder der Asphalt, die Straßen, noch die Schienen, noch, also, ich glaube, Bautzen ist jetzt eine sehr schöne Stadt geworden. Wäre die Wende zwei Jahre später gekommen, war fast alle heimatsteig. Aber Hohenschönhausen ist doch trotzdem, also auch der Neubau war da total schränkt geheim. Kein Mensch wusste, dass da Gefangene sind. Also dieses Argument passt doch dann eigentlich nicht, also um sich zu öffnen. Weil es wüsst du doch so wie gut? Ja, die Leute wurden ja nicht alle erschossen und nicht alle kamen um. Irgendwann kamen sie ja manchmal raus. Und wenn einer dann über das U-Boot berichtete, das hat dann solche Berichte, jeder solcher Fassadenstaat ist auf das Renommee, also reagiert sehr empfindlich bei irgendwelchen Aussagen von Überlebenden. Und das reagiert besonders empfindlich sogar. Gerade unter Honecker bemühte sich ja die DDR besonders weltweit anerkannt zu werden. Aufnahmen, die UNO und so weiter. Und versuchte auch, gerade auch die Intelligenz im Westen zu beeinflussen. Ich denke mal an die Unterwanderung der Friedensbewegung. Unser jetziger Leiter, Dr. Hubertus Knabert, hat ein Buch geschrieben über die unterwanderte Republik, die Mitarbeiter auch im Westen, ca. 30.000, die da ihre Traten, die Studenten, die Studentenbewegung und, und, und. Und da musste man natürlich zumindest... Man wollte von außen einen Musterschad schaffen. Und wenn denn einer irgendwann nach zehn Jahren so oder so rausgekommen ist, na gut, der konnte ja erzählen. Ja, aber auch Bautzen II, wenn ich jetzt die Reportagen erinnere, wo dieser eine Gefangene seine Haft im Konzentrationslager damit vergleicht, wie die Haft im Bautzen II war. Das ist ja eher noch viel schlimmer gewesen, auf der einen Art, als jetzt das Konzentrationslager. Das kann doch... Bestimmte Sachen, in Konzentrationslager war das Leben in Gefahr. Das war der DDR weniger in Gefahr. Der DDR ist mal vielleicht kaputt gegangen, seelisch oder irgendwelche Krankheiten und so. Aber man erschoss keinen, wenn ich ihn trifft, der lag ja nie vorhanden war. In Konzentrationslager konnte man also selektiert werden, in Konzentrationslager könnte man also erschossen werden, zusammengeschlagen werden, bis man anschließend starb. Das gab es nicht. Aber man war in einer Gemeinschaft, man konnte also Bäume anfassen, wie sie mal sagten. Man war draußen, wurden größeren Dings. Aber deshalb, der Mensch, der beide verglichen hat, manche Dinge waren da besser, besser in Abführung. Und manche Dinge waren da. Aber ist es wirklich sicher, dass politisch unliebsame Personen nicht in irgendwelchen Wäldern verschleift werden? Von den Russen ist richtig. Ja, natürlich. Von den Russen ist es richtig. Ja, es gab in den ersten Jahren, 15er Jahren, also besonders gegen ehemalige Anhörige des Unterdrückungsapparates, möchte ich mal sagen, die sich abwenden wollten oder zum sogenannten Klassenfeiern überlaufen wollten. Gegen die ging man besonders drastisch vor. Und die wurden dann also auch liquidiert. Und die Leichen dann auch, ja, weiß ich, verbrannt. Und selten sind Fernküchten, die hinterblieben sind. Ja, aber es war nicht so, dass man von Gefangenen in einer Schlange oder erschossen hat und verscharrt hat. Also, das gab es in der DDR nicht mehr. Ab 60 auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben alles gesehen.